Ich glaube nur einfach, bei der FIFA herrscht nach wie vor ein anderer Wille als auch bei der UEFA. Die UEFA hat erkannt, ich brauche die Clubs, ich brauche die Champions League. Da gab es ja auch die großen Gerüchte um die Super League, wo die großen Clubs dann möglicherweise abgewandert werden. Warum war das kein Thema, Herr Rummenigge? Ganz kurz. Warum am Ende 50 Prozent hätten ja auch 100 Prozent werden können. Na, ich glaube erstmal, wir hatten 0 Prozent und wenn man dann 50 erreicht, ist das schon mal ein erster guter Schritt. Und ich glaube auch, dass gerade in der jetzigen Situation es wichtig ist, dass der europäische Fußball da irgendwie vereint zusammensteht. Die UEFA ist der Dachverband, die Nationalverbände, denke ich, sind auch grundsätzlich hier ein wichtiger Partner im Boot und dann kommen eben die Clubs.